Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Mordor's Schatten. Ja, ich schlucke mal dich. Wollte ich haben. Du bist hier ganz in der Nähe, sehe ich gerade. Ah, die schnapp ich mir mal. Da oben. Soll das stattfinden? Hm, mir gibt dich zum Ausgang von dem Auftrag. Ja, die Uruks machen wieder Jagd. Verhindern. Aber wie sehen die denn aus? Seht ihr, Junge? Will ein kleines Tier? Hä? Boah. Ich muss den Karagos helfen, wenn mal einer stehen bleiben könnte. Ja. Ähm. Jo, das geht. Du dachtest du wärst der Jäger? Arme blinde Beute. Mach die nieder! Ja. 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 Okay. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oh. Greif mich nicht an. Oh, 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 oh. Was ist jetzt los? Ja, wieso hat er das denn jetzt gelöst? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt werde ich dir... Oh! Oh! Still, meine kleinen Monster. Ruht euch aus hier. Hast mich gar... Da kommen noch mehr. Fuck. Oh. Hallo? Oh! 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 Ich trinke sein Blut, acht mal! Oh, 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 ich habe ein Problem. Wir reißen ihr die Knappen raus und fertigen Flöten aus ihnen! Mein Gott, ey! Ich muss mal kurz hier Abstand nehmen. Oh mein Gott, ey! Ich will den Typen kriegen, ich kriege den auch. Ich weiß, dass ich den kriege. Ne, du nicht! Ich geh da! Der neue Aufwand wird viel länger durchhalten als der alte! So viel steht fest! Ja, jetzt gehörst du mir! Und einmal Informationen. Du wirst gehorchen! Und wie der Junge gehorchen wird. So. Von dir habe ich weder Schwächen noch sonst irgendetwas. Anfällig für Schleichtodeschüsse, anfällig für Fernkampfangriffe, ja. Furcht vor Verbrennen. Gerät in Panik, wenn er brennt. Okay. Gerät in Panik, wenn er brennt. Was war das für ein Geräusch? Na komm her! Brandmarken oder Brandmarken? Was ist das für ein Geräusch? So. Was war das? Ich weiß nicht was das war! Sicher, falscher allein! Ich sehe dich! Äh ja ja, gib mir mal Informationen. über den netten herrn hier ein habe ich noch einer gibt mir hier noch info was ist das denn ist das in dem zelt in dem zelt oder das ist unter mir ich will es eigentlich schaffen alle zu kriegen hab ich hab ich hab ich das ist der irre wieder ne ach der ist da okay ich komme gerade nicht weg wieso kann ich jetzt nicht oh da ist mein häuptling so wo ist denn mein liebchen die gehören alle mir schon mal schön geister können in der dunkelheit sehen also nimm dich vor den schatten in acht ich hoffe dass ein geist mich sieht ich konnte hier gerade einen identifizieren bitte sich umdreht und dahin verschwindet wo er hergekommen ist jetzt nicht mehr da muss der da hinten irgendwo sein so 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 du gehörst sowieso mir das weiß ich schon wo ist der denn wo soll er denn sein wir sind da der ist genau da hm hat uns schon ewig nicht mehr auf die jagd geschickt okay doch da will ein tierchen raus mensch wenn ich in einen kampf gehe möchte ich immer einen guten jäger bei mir haben es ist jedes mal ein hochgenuss wenn ihre speere sie immer köpfe bohren und eine kargo still jaja bring die mal bring die mal alle um oh das war nicht geplant das war so nicht geplant doch nicht so厲害 sie wird Sollte er das Opfer überleben, erlangt er an Macht. Nee, darf er ja nicht. Darf er nicht. Wartet! Wo ist der Grogvorrat? Ich bin durstig! Tötet ihn! Seht lebendig aus! Hier kommen ein paar Nadeln, um zu sterben! Drei! 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 Uf! Oh, jetzt könnte ich den Dingens... Das sind nicht meine, ne? Scheiße, was drauf. Komm, tot. Alle lachen sich davon kaputt. Ach ja. Oh, du siehst mich. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Das ist schön, das ist schön. Meins, meins, meins. Ähm, dich hätte ich gerne. Was? Ach ja, du hast... Ach, du bist so schwer zu schaffen. Ich sitz immer an dem dran, ne? Ich mach erst die anderen, ey. Ach, jetzt ist der da in dem... Ach, guck mal, der ist hier. Wo läuft der denn rum? Ich habe tote Karagor gesehen, die... Ah, ne. Fuhre ich vor Karagor. Das ist perfekt. Nein, 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 nein. Jemand vergeht sich an unserem Dorf. Das wird nichts, Targ. Komm her. Ja. Offenbar hat mich die wandelnde Leiche gefunden. Bald liegt sie wieder unter der Erde. Nein. Nein, 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 nein. Schmeiß den ja nicht runter. Er ist sicher schon längst fort. Weiter zu. Oh, da kommen sie alle. Hab ich da gerade etwas gehört? Hier gab es einen Mord. Ich verstecke mich hinter der Fahne. Schätzen Sie Zeitlinge. Sagt zumindest Gorkum. Der weiß ja nicht, wovon er redet. Ich glaube nicht, dass er jemand war. Du willst immer noch kämpfen? Dann bin ich dein Gegner. Hm. Hm. Der hat Information. Passt auf die Menschen auf. Lasst sie nicht entkommen. Oh. Ich glaube auf. Halt der. Auf ihn. Wenn da etwas war. Sollte sich fernhalten. Ja. Ja! 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 Oh, oh. Ah, ich muss mal laufen, ey. Ich muss mal spazieren gehen. Mir kommen zu viele. So viel sind die Infos nicht wert. So viel sind die Infos nicht wert. So viel sind die Infos nicht wert. So, den hab ich. Was ist denn mit dir? Ah, du bist da hinten. Ich hoffe, wenn ich nicht da bin, dann wird auch mein Häuptling nicht sterben. So, Rekrutierung ist mir jetzt verfügbar, machen wir nicht. Wenn mir dann wieder irgendeiner dabei stirbt, dann raste ich aus. Ich glaub, dann schmeiß ich das Spiel durch die Gegend oder so. Den Ort kenn ich irgendwoher. Den Ort kenn ich doch. Wir sollten ein paar Sklaven in diese Höhlen in der Nähe schicken und schauen, ob wir sie schreien hören. Wenn sich dort Grauks verbergen, brauche ich keine Menschen, um sie rauszuwerden. Lass uns sie einfach fassen. Ja, dass deine Idee ist, darfst du auch als erstes hinein. Ich bin nett. Ich bin nett. Er darf das Vieh nicht töten, ne? Blut und Ort und Schreie! Das ist mein Metier! Mein Karmor! Mein Karmor! Mein Karmor! Okay, ich hab kein Elben mehr. Oh mein Gott! Er hasst Karagor! Toll, jetzt wird er ja noch stärker. Was ist das denn für ein Scheiß? Toll, die Elbenbeschosse sind da. Toll, die Elbenbeschosse sind da. Toll, die Elbenbeschosse sind da. Er hasst es geschafft, scheiße. Er hasst es geschafft, scheiße. Warte mal, ich hab ihn doch. Noch einer, oh ja. Er ist auch hier, das glaube ich ja jetzt nicht. Aber wo ist denn jetzt der andere hin? Verstehe ich jetzt nicht. Der ist jetzt da? Hä? Wieso ist denn jetzt der da hinten? Oh, Mood Luke. Der ist jetzt hier. Ah, komm, ich versuch's mal. Vom Verbrennen hat er Angst. Er hat vorm Verbrennen Angst und Dolch. Oh Leute, ich muss einen Cut machen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.